Willkommen zurück, beim starren Mund. Ah, wir brauchen noch Kühle. Hui! Dann wieder, back on the planet, ey. Die sind doch, die sind brav. Ah, da haben wir noch Kühle. Ach. Nehmen Sie doch mal mit, ne? Was ist das hier? Jawoll. Ach, das ist gar nicht so viel. Da haben wir eine... ...Geläuchte. Ops, geht ja weiter. Ich will ja noch das, was ist das heißen? Silber. Ich will ja nicht. Ich will. Wie ist das heißt, das ist mein Grund? Ja... Wir bauen ab. Abbreiten den Land auch noch mit. Seither Chaser muss man einen Block im Sand liegen lassen. Und hier. Deine Sandbrite. Ja, sehr viel gebracht hat. Vielleicht mal hier die Höhle auch mal. Und. Hier ist ein Ficker. Weiter, weiter, weiter. Zack, 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 zack. Ja. Ich trage jetzt einfach mal durch. Jetzt kann ich wieder ein Lichtschule im Knips. Na, weiter Richtung. Da muss ich mal an. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 36. Die großen Platten. Der nächsten. Bewusstungsstufe machen. Ich glaube eigentlich Eisen haben wir hier noch dafür. Ich glaube ich gerade. Ich bin jetzt weiter. Ich glaube ich gerade. Nochmal mit Läufn. Ach. Da ist schon. Ja. Ich glaube ich. Ich bin hier mit Köhle. Und da ist Silber. Glaub ich. Ja. Das ist lieber. Ich bin hier mit klo. Und jetzt. Zack. Und nochmal. Und nochmal. A-h-ha-ha-ha! Schnell... Sandstall Schwierige Abends bauen, aber nicht. Ich muss hier das KW, jawoll. Leider mit nix drin. Das war aber doch ein ganz kleiner Planet, den wir aufgesucht haben. Ui. Weiter ran. Eine große KW würde ich hier gerne entdecken. Ich nehme hier schon mal an, oder? Das ist ein Stück. Warte! Moment! Die Vergangenwohle ist es nicht so fein! Oh, ey! Ich hab die Vergangenheit ab! Oh! Schon mal schon umgelebt! Da auch gern! Da auch gern! Da auch gern! Nehmen wir alles mit! Alles hin! Auch wenn wir das Copper nur nehmen, um uns Pixels zu raffinerieren. Die brauchen wir aber auch! Oh! So, gut! Hier nochmal ein bisschen! Geh mal hier in den Gang weiter rein! Will ich jetzt gerade überhaupt wissen ab? Knochen? Zur letzte Fackel! Mal da hinten an Kraft! Muss ich jetzt gerade erstmal Fackeln? Oh, wir haben 50 Kohlen! 20 müssen weichen! Ach so! 20 Punkte! 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 So, hier das Gold und das Kunstform, um uns auch nicht mehr zu machen. Das dauert jetzt halt ein bisschen länger in dem Knochenblock. So, das Kuppel lassen wir uns belegen. Oh, hier. Warte. Ich will das Wasser... Ach, Fleischblock. So, jetzt glaube ich mich hier durch, damit das Wasser rüberläuft. Genau. Will ich hier ohne Problem an das Kuppelbacher gehen. Kuhle, komm. Ja, der Fleischblock ist relativ leicht abzubauen, was gut dran ist. Und jetzt hier noch das Silber. Ja, sehr gut. Zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack. Und... Äh, das... Der Fleischblock ist ein bisschen eklig. Aber was will man machen? Heißt, was ist das hier? Dann ist das Kuppelbacher... ...und... 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 Oh, 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 oh. Oh, die Klappen mal wieder um die Friste. Oh, sieht cool aus. Nehmen wir uns dann auch mal weiter da ist, aber eigentlich wollte ich die hier oben abbauen. Und los geht's. Zack, 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 zack. Oh, das lohnt sich ja diesmal sogar. Da ist nun wohl eigentlich Kupfer, aber ich geh jetzt doch wieder nach oben. Na gut, dann kloppen wir uns durch den Fleischblock. Durch die Fleischschicht, kann man ja schon sagen. Uah! Oh! Das ist russisch natürlich, dass sie da steht. Füßtel, füßtel. Ja, ich bin hier nämlich im Offscreen langgelaufen. Jetzt habt ihr dann entdeckt und hab alles wieder zurückgebaut. Da ist noch ein bisschen Eisen, da ist noch ein bisschen Eisen, hier ist noch ein bisschen Eisen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon in einer der letzten Ausgaben erwähnt habe. Ähm. Äh, es kommt ein neuer Baphomets Fluch raus. Das ist dann insgesamt der fünfte Teil? Glaublich. Und... Ich hab Waffen mit Fluch auf der Playstation 1 gespielt. Bin aber nie durch. Hab das glaub ich aber nie durch gespielt. Und... Ich überlege, ob ich ein... Ob ich mit den fünften Teil kaufe. Also... Ja. Ich überlege, ob ich mit den fünften Teil kaufe. Und vielleicht überlege ich auch davon halt ein Let's Play zu machen. Aber da... Vielleicht mache ich da auch immer ein random Let's Play draus. Wenn ich jetzt irgendwie... Äh, also das kann ich jetzt auch schon ankündigen. Das werde ich aber auch noch... Im Spiel selber auch nochmal ankündigen. Ähm. Ich werde fürs erste nur 100 Folgen Minecraft machen. Ja, also Folge 100. Ja, keine Ahnung, ob ich da dann irgendwas besonderes mache. Oder einfach... Schluss. Ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Weil es kreppiert uns hier. Und... Achso, ja. 100 Folgen. Minecraft, dass dann Schluss ist. Ich muss leider hier kämpfen. Ach. Dann will ich hier den ganzen Scheiß rechnen. Wie gesagt, 100 Folgen. Minecraft fürs erste. Dann lass ich's mal gut sein, sag ich mal. Und... Wie gesagt, das werde ich aber auch nochmal in Minecraft dann nach selber auch nochmal anmerken. Oder bekannt geben. Und... ... ... ... Nein. beim Thema Let's Play zu bleiben. Ich habe auch noch keine Ahnung, welche Folgen es da war und es geben wird. Und was ich aber sagen kann, vom Eurotrack-Simulator, ich meine, die Folgen haue ich ja auch noch raus, oder das spiele ich ja auch. Ähm, da wird wohl nach der 30. Folge werde ich da wohl aufhören. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich dann Diablo 3 ins Let's Play. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt. Ich habe es angefangen jetzt, mittlerweile doch. Und ich habe den ersten Abschnitt. In Neu... Wie heißt denn die Stadt nochmal? Äh, Neu-Tristian. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Kiste. Fünf Copper-Bars. Ich hoffe, mein Metall ist ein bisschen zu voll. Hier die Kohle, kloppen wir auch mal. Oh, da geht aber ein... Oh, nein, 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 halt, halt, halt. Daher. Oh, das wird's nochmal im Bekrat. wie viel haben wir denn noch? wir können uns das immer ordentlich noch mal machen so 50 Stück, das reicht ähm das wir vom Euro Truck Simulator wird es nicht mehr so viele Volk geben und ja genau, dann Diablo 3 im Let's Play aber nur das Hauptspiel, das Addon noch nicht sondern halt nur Diablo 3 pur, wenn er zu nennen kommt und dann geht's hier weiter nach Richtung Rauschiff und Frischluft und einmal Licht sch Battlefield und der schockt gehen, dann schockt schockt durch mal schockt Das kann ein bisschen länger dauern, 180 davon jetzt hier, 101 Kopper, knallen wir da auch rein, da mach ich erstmal die Rüstung, ach ich hab kein Eisenpass, dann noch da rein, dann kann ich ja, Metasektor hab ich doch, so, ich glaub ich muss, da rein, da rein, da rein, da ein bisschen stücken oder so, ich mach mir jetzt erstmal 70 Platsch erledigt. Ach, da brauch ich noch nichts. Aber erstmal, ach ich muss mir das jetzt unterpacken. So, Moment. Also ich weiß, das hier, Sand, Feinzeit, hab ich ja noch tausend von. Das Holz behalte ich, der kann weg, der kann weg, der kann weg, überhalten. So. So. So, ich will mir den behalten, oah. Der Sand kann weg, der Sand kann weg. Ach, den, ich schmeiß' mal was mal weg, den Fein-Funsch noch mal wieder. Zack, zack, grill, den Mist, den Mist, dann klatschen wir das mal hier rein. Gold Ohre, Silber Ohre, die können jetzt wieder weg, die kann nicht überschmolzen. Weichen Ohre, Lampen, Säcke, Stier, und komm weg. Komm her, die hässliche Lampen, ich spiele schon mal. Komm her, die T-Shirt, das Aquarium, behalten. Komm her, nicht da, sondern da. Ach, jetzt. Genau, die Fässer können weg. Holztürchen, ganz weg. Zucker. Schatz mal zu dem Zucker bzw. Nein, zu dem Zucker. Ähm, die behalten wir mit Taaah. die da ja das ist so spannend noch mal um die Möhrensamen uuhh warte das sind alle Samen Tato wo kommt der da hin Spikes die können erstmal weg das ist jetzt alles ah nee hier die Hordet Monsterdingens da da äh Zellmaterie da Springgrunden behalten wir auf jeden Fall ah ich hab mir noch Schei ah da oben bisschen flatt weil das Staubmaterial genau wie das Zellmaterial da und dann ach oh die Türen ja geht geht jetzt auch da hm okay dann haben wir das Inventar auch erstmal wieder bereinigt fürs Erste ähm zack und jetzt geht's los wir craftern eine neue Rüstung ach ach klar macht die können wir uns einleiten achso so 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 cool Cool Obwohl wir könnten nicht Doch wir müssen uns ein Haus bauen Muss ja nicht weit weg sein Da fliegen wir gleich hin So machen wir uns dann ein schönes Heuch Was brauche ich eigentlich für den Korbett? Ah da kostet zwei Tums Ich muss doch nicht nur noch ein Leben Ich muss nur noch ein Leben Ich kann nicht nur noch ein Leben machen Das ist bestimmt ordentlich. 25. Immerhin. So, wenn das da schön schleißig... Ach, wir wollten uns den Haus machen. So, wir sind schon runtergekommen. Ich würde sagen, warum ist das wirklich hier? Das weiß ich nicht. Ich bin gerade auf die Bolle Platt. Und dann... War gut, Planks. War 84. Das höchste der Gefühle. Alles klar. Ach, nein. Inventory. So, dann hol ich mir das mit Gas. Ach, nein. Die behalten wir mal. Wir nicht hätteln. Es kann weg. Es braucht doch keiner. Ich würde mich gar nicht machen. Ich würde mich gar nicht machen. Arzt rein. Ich würde mich gar nicht machen. Ich könnte mich nicht mehr für Sie denn machen. Ich würde mich gar nicht nehmen. Ich würde mich nicht mehr für Sie. Ich würde mich nicht mehr für Sie denn machen. Auch für Sie. Ähm, ein Licht bitte. Okay. So, dann nehmen wir unseren Keller aus, ne? Ach, immer schon geht die ganze Tal sinken. So ist der Punkt, muss leider auch gehen. So ist hier wirklich so. Das darfst dann alles gehen. So, dann bauen wir uns. Ja, mit dem ganzen Holz, was ich jetzt gekraftet habe, ein komplettes Holzhaus. Okay. Okay. So, dann machen wir uns. Nicht zufällig. Ich hab kein Moin dabei, ne? Leider nicht. Ich will aufm Rad da umgelegen. Ich muss hier gleich sowieso hoch spawnen. Ein bisschen Zeug. Ich hab kein Moin dabei. Komm. Ich hab noch alles erklärt. Jetzt hab ich natürlich nicht auf die Uhr geguckt, wann ich gestartet hab. Gerade Fläche weg. So, dann hier. Das hier ist unser Keller. Zack, zack. So, passt doch von der Höhe. Das hier ist unser Keller. Okay. Ich muss gerade überlegen... Eigentlich müsste ich jetzt eine Tür haben. Warten wir mal, wo bin ich? Das ist gar nicht schön, wenn ich brauche. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Aber... Ich brauche jetzt erstmal die beiden Türen. Lalalala... Äh... Ach, ja. Können wir auch direkt mal... Hier kurz die... Spitzsacke erneuern. Also, was heißt erneuern? Reparieren. Äh... Da. Was sind die Türen? Entschuldigung. Und... Ist hier die Raffinerie schon fertig. Das waren schon mal 1050 Pixel. Die Lachung war da drin. Und zuletzt noch die Silber... Oh... Ach, die hab ich schon... Mit hier unten. Wofür bringen die denn das Stück? Oh, 15 rein. So, passt die Tür schon dabei. Ah. Ah, pst. So. Das gleiche hier auch nochmal. So. So. So, alles fertig. Gut. So. 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 1, 2, 3, 4 ... Jetzt geht's aber los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Und jetzt 3 nochmal zählen. 3, 4, 5, 6. Ja, das heißt eine Bahn. Wird hier noch zugemacht. Macht. So, weil meine Hände so flattern. Brauche ich das hier noch ab. Und dann... ...werde ich eine rauchen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann!